aber ich muss noch mehr von dir sehen das ist zurück ich bin das hast du definitiv und es freut mich dass das seine priorität war du hast den auftrag erledigt also reden wir mit dem marschel wie keine erste hilfepack oder so ich sehe gar nicht so besonders aus jetzt gesoffen der bürgermeister ist schon ok jetzt können wir gerade wir haben aber auch stationen im gesamten raum des freestyl collective so können wir bedrohungen schneller identifizieren auf sie wieder zu nehmen hier ist schon ein spaziergang ein ganz körper wort ganz körper wort ich habe ich nicht genommen aber vergessen die liegen ja mal rum ich habe sie nicht mitgenommen hier sind wir ich habe nur eine Frage schwörst du die Menschen im Free Star Collective zu beschützen auch wenn du dabei dein Leben riskierst aber ich habe eine Frise zu bestrafen ich glaube schon mein Leben ist gehen wie es ein Job absolut hier vorne für dich du bist jetzt der vierte bei den Free Star Ranger egal Ranger Wilcox ist für deine weitere Ausbildung im Feld zuständig hör auf sie und befolge ihre Befehle willkommen an Bord ich bin ich es bleibt aber nicht immer dabei am besten gehst du erst einmal von gar nichts aus sondern bist völlig unvoreingenommen ich gehe hier und töte alle was ist das Problem? dann brechen wir auf gut das ist toll hopfen der Milch ja wir können ja viel lernen wo ist der Ressourcenraum? ich brauche halt viele Ressourcen wenn du die Rangers suchst geh auf die oberen Ebenen oder in die Kantine ich suche eine etwas anderes ja ich gehe auf die oder in die Kantine auf die Kantine ich muss einfach alles durchführen mir geht es so gut ein poncho poncho spilato es da sind auch für uns heftig so wie wir ein anderes hier irgendwie kann man irgendwo reingehen nachrichten ich bin schnell weiter nachrichten da gleich aufträge ja ich bin immer noch da oben ist ok bärchen bärchen guck mal wie schnell das geht ich bin begeistert guck mal kann man nicht möglich nicht möglich nicht möglich ich schnell reisen doch ist das geil ich kann du hättest dich im freestar kollektivraum bitte scan abwarten ja 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 ich wie Soldaten aus. Überzeugt euch selbst. Sie sind in die Canyons hinter dem Haus gegangen. In den Canyons ist es gefährlich. Steile Hänge, enge Pfade, Steinschläge und alle möglichen feindseligen Kreaturen. Wenn ihr die Männer verfolgt, seid vorsichtig. Ach, noch was. Sie haben gesagt, sie wären die Ersten. Die Ersten wovon weiß ich nicht, aber es kommen wohl noch mehr. Danke, Ma'am. Das sollte reichen, damit wir diese Männer finden können. Okay, Deputy, halt die Waffe bereit und die Augen offen. Die Typen wissen nicht, dass wir hinter ihnen her sind. Also versuchen sie wohl auch nicht, ihre Spuren zu verwischen. Oh, Fußball. Ja. Gehen wir uns jetzt mal sehen. Okay. Geil wäre jetzt so ein, so ein, so ein. Das sind gute Menschen. Das ist fleißig. Ja, das sind gute Menschen. Aber ich muss mal reingehen. Ich muss mir etwas bauen. Kann ich halb, halb, hallo? Ich kann nicht halb tote rumlaufen. Hm. Ja. 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 Auf Explosion. Taffnen. Vergeret. Hier. Ich glaube, ich werde nicht lange leben gehen. Hei und Haak, glaube ich auch. Au! Mehrere Sprüche. Stiefel spuren. Mehrere Paar, wie es aussieht. Und nicht sehr alt. Gehen wir runter in den Canyon. Ja, dann stelle ich da unten immer. Die Sichtlinge hier sind grauenhaft. Das könnte alles vor allem sein. Oder hinter. Okay. Okay. Aggressive Fücher. Dank. Da darfst du nicht einen Kadabra vergoldet. Nee, damme nicht. Danke. Oho. 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 Entschuldigt Wenn wir alles anstehen, soll es noch verhindern... lächst uns hier Tschüss Äh, keine Hilfe. Okay. Also, ich gehe in die falsche Richtung. Ich gehe falsch. I'm sorry. Oh, ich gehe in die falsche Richtung. Oh, das war doch okay. 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 Oh, ich gehe in die falsche Richtung. Oh, ich gehe in die falsche Richtung. Oh, ich gehe in die falsche Richtung. Okay. 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 Wow. Wow. Ressourcen. Ich sag doch, ich steh gleich bevor ich da bin. Ich bin doch gerade weggelaufen. Ich bin so ein fliegendes Kunstwerk. Wann bist du für einen Wettkampf im Gewicht heben? Ähm. Ich bin nur ein Forscher. Ich forsche. Kobold. Kobold. Gutes Auge, Deputy. Wir sind wohl auf der richtigen Fährte. Hat ein gutes Auge. Ein. In Deckung. Ich rufe der Wasser. Hoffentlich geht es uns nicht auch so. Nett. Wir schmecken die Granaten. Eine Frechheit. Ja, eine Frechheit. Granaten. Kreaturenhaufen. Okay, da kann nichts. Du hast entdeckt. Ja. Boah. Wunderbar ist jetzt keiner. Also mehr Dinger töte, fände. Das war knapp. Aluminium. Was ist das? Oh nein. Was ist das? Was ist das? Wir haben einen Armat. Oh, mein Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. die lecke Achtung, ja, Entschuldigung. Sie sind definitiv hier langgekommen. Hoffentlich sitzen sie nicht mit Scharfschützengewehren oben auf den Wänden des Canyons. Ja, wir müssen immer Geduld haben. Ich möchte gerne Midi-Gap. Es ist schön, weil unter frei im Himmel zu sein, weil als Mutter bin ich nicht mehr so oft im Feldansatz wie früher. Habt viel Last mit mir. Na ja, gut, ja, gut, ja. Wir wollen mal verwaffenlos werden, ne? Wir kommen hier. Ablegen. Guck mal, was ich... Weltraum-Experten-Movie zu... Oh, guck mal, wusste ich gar nicht. Hallo, 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 hallo. Hallo, ja, hm. Guten Morgen. Ich bin hier voll über... Ich bin hier voll überfordert. Anliebsten würde ich mal auf ein paar Sachen... Was denn? Ja, ja. Ich will ihn nicht... Ok, in die Höhlenmensch. Werde ab. Wie echt der! Schön ist da, der ist ausgeschlagen. oh ding zwar bestialisch, der gehört eben zum job ich habe schon wieder so viel scheiße wieder gelootet ich wurde überrannt ich wurde überrannt recht nach links überrannt ich muss aufpassen ich habe nur zu uns meinetwegen ich muss noch gucken wie das hergegeben mini mini Ha-ha-ha-ha-ha Oh, oh nein Ja, Mann! Hm! Andi muss ich hier weg, Andi muss ich hier weg, was anderes machen. Ich mach schon mit der Nebenmission, die ich gar nicht schauen darf. Das ist so aggressiv, kacke ist das. Nee, sitzen sie nicht. Komm, wir brechen mal ab. Nee, komm. Wir machen immer die Hau... Machen wir immer die Hau ein bisschen. Wir leveln uns mal ein bisschen. Ich bin Forscher. Ich forsche als Steine. Jetzt wird nicht weggeforscht. Geforscht. Sie... Sind definitiv hier langbekommen. Mir auch egal jetzt. Äh... Da hin, ne? Trag zu viel. Achso, ich hab Trag zu viel. Wieso geht das jetzt nicht? Ich hab den ganzen Waffen wieder. Ja. 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 Ich hab den hier richtig toll. Ja. 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 Ich kacke. Wie gebe ich zum Gladbank-Tresorraum? Rücke vor Karin Haft. Das ist unbekannte... Das ist ja die Hauptwesung, glaube ich. Ich muss... Ja, das bringt ja nix. Wenn ich halb am sterben da rum... ...kräuche wie ein Wildmann. Hier, Chipservice. Kleidung. Vielleicht kann ich hier... ...sachen verkaufen. Zum Schiff in der Tat verkaufen. Ja, hier. Kleidung. Ich wollte eigentlich verkaufen. Was macht der hier schon wieder? Ich will... Anzüge. Da steht, kaufen ist cool. Kaufen. Kann man nicht verkaufen? Ach, das ist kacke. Kaufen ist gut zu verkleinen. Ach, das steht uns verkaufen, ja. Da steht ja schon wieder... ...verkaufen. Da steht ja schon wieder... ...verkaufen. Habe ich das gekauft? Oh, leck mich doch am Arsch. Das war schon mal. Ich lass mich auch... ...kuck mal. Das klappt Okay. Ja, das hat dich so ein... ...uverkaufgabe.